Jan van Eyck war ein flämischer Maler des Spätmittelalters und gilt als der berühmteste Vertreter der altniederländischen Malerei. Er leitete die neue naturalistische Kunstepoche nördlich der Alpen ein. Wegen seiner vollendeten Technik und seines Sinns für Naturalismus wurde er von vielen Autoren sogar als König unter den Malern bezeichnet. Leben der Künstler wurde um 1390 in Marseig, einer Kleinstadt 25 Kilometer nördlich von Maastricht, geboren. Seine Jugend liegt trotz intensiver Forschungsarbeit im Dunkeln. Zwar wird die Quellenlage ab 1422 besser, doch über seine Werke bleibt das Wissen lückenhaft. Hier kommt erschwerend hinzu, dass ein großer Teil seiner Arbeit nicht mehr erhalten ist. Bei wem van Eyck in die Lehre ging, ist unbekannt, genau so, welchen Beruf er ausübte. Wahrscheinlich begann er als Buchmaler. Seine erste urkundliche Erwähnung datiert von 1422 und in dieser Zeit trat er auch in den Dienst des Herzogs Johanns von Bayern. Bei ihm war er als Kammerdiener und Hofmaler für die Ausmalung des Binnenhofes der Residenz zu Den Haag zuständig. Nach dem Tod des Herzogs 1425 fand van Eyck Anstellung bei Philipp dem Guten. Sein Ruf als Maler hatte ihn an den prächtigsten Hof Europas gebracht, denn er wurde aufgrund seiner Fähigkeiten eingestellt, von denen der Herzog durch in seinen Diensten stehende Personen gehört hatte und die auch er in der Person des Jan van Eyck erkannte. Er wurde an den Hofzülle gerufen, sein Vertrag war auf ein Jahr begrenzt, doch führte die Verlängerungsklausel dazu, dass van Eyck viele Jahre am Hof Philipps blieb. Sein Aufgabenbereich beschränkte sich nicht nur auf das Malen von Portraits und das Dekorieren fürstlicher Residenzen. Er war ebenso für Entwürfe höfischer Kleidung, Schmuck für Zeremonien, Festlichkeiten und Turniere zuständig. Weitere Aufgaben waren das Bemalen von Schildern, Bahnern und Statuen. Neben der Malerei war van Eyck auch ein talentierter Diplomat. Philipp schickte ihn innerhalb von zehn Jahren auf mehrere Gehe-Emissionen. Während einer dieser Missionen nahm er am 18. Oktober 1426 in Tournee an einem Fest des Heiligen Lukas teil. Man nimmt an, dass er hier die Künstler Robert Kempen, Rogier van der Weiden und Jacques Darret kennenlernte. Zwei Jahre später gehörte er einer Delegation nach Portugal an, die in Philipps Namen um die Tochter König Johanns I. Isabella anhielt. Jan van Eyck malte die Infantin, damit sich sein Herr ein Bild seiner zukünftigen Braut machen konnte. Nach dieser Heirat ging es in seinem Leben wohl etwas ruhiger zu. Er schuf den angeblich von seinem vermeintlichen Bruder Hubert van Eyck begonnenen Gente-Alter. Dieses Polyp Tychon ist ein Meisterwerk der Feinmalerei und das größte bekannte Werk der altniederländischen Malerei. Ab dieser Zeit arbeitete er auch für private Auftraggeber. Für den Kanzler Nikolaus Rohlin malte er eine Madonna mit dem betenden Stifter des Bildes und für die Stadtbrücke schuf er sechs vergoldete Statuen, die für die Fassade des Rathauses gedacht waren. Im Jahr 1433 heiratete er seine Frau Margarete und erwarb ein Haus im Hof- und Botschaftsviertel Brügges. Philippe wies dem Künstler seinen Respekt, indem er für eines der beiden Kinder van Eycks eine Patenschaft übernahm. 1436 ging er auf seine letzte Geheimmission. Nach 16-jähriger Tätigkeit im Dienst des Herzogsstab van Eyck 1441 in Brügge, wo er am 9. Juli in der Kirche Sint Donas beigesetzt wurde. Werke Sein bekanntestes Werk ist der monumentale Genta-Alter. Dies ist die Inschrift der vermeintlichen und nicht gesicherten Grabplatte des angeblichen Bruders Hubert van Eyck zur Inschrift am Genta-Alter. Eine Inschrift, die Hubert als den Schöpfer und größten Maler bezeichnet Jan van Eyck dagegen nur den zweiten in der Kunst nennt, der das Werk lediglich vollendet habe, befindet sich auf der Rahmung des Genta-Altars. Generationen von Kunsthistorikern haben die Zeilen als zeitgenössisch ausgelegt, bis eine Röntgenuntersuchung im Jahr 1950 ans Licht brachte, dass sie nachträglich aufgebracht wurden. Die Inschrift existierte noch nicht, als Albrecht Dürer den Alter fast 100 Jahre nach seiner Entstehung sah. Im April 1521 besuchte Dürer Gent. Am Mittwochfrühe fuhrten sie mich auf S. Johannesturn. Du übersah ich die Großwunderbarlichstadt, darin ich gleich vor Großansehen ward. Danach sah ich das Johannestafel. Das ist ein überköstlich, hochverständlich Gemäld und sonderlich die Eva. Maria und Gott der Vater sind fast gut, Anführungszeichen. In der ersten gesicherten Quelle aus dem Jahr 1496 in der von dem Alter die Rede ist, hatte der Verfasser Hieronymus Münzer ebenfalls nichts von Hubert berichtet. Einen Künstler namens Hubert oder Hubrecht den Schildere hat es zwar in Gent gegeben, es liegt aber kein einziges gesichertes Werk von ihm vor. Er starb völlig verarmt und wurde auf dem Friedhof in Geln beigesetzt. Volker Herzner konnte 1995 in seiner Studie zum Genter Altar nachweisen, dass Jan van Eyck der alleinige Schöpfer des Altars ist, was sich auch durch Röntgenreflektogramme der Unterzeichnung durch Van Asperen de Buur 1979 bestätigte. Man muss auch die Frage der Datierung neu bewerten und die Vollendung später ansetzen. Mit den Werken von Jan van Eyck, Robert Kempen und Rogier van der Weiden beginnt eine neue Ära der Malerei, die sich durch liebevoll realistische Detailschilderung auszeichnet. Da es sich in vielen Fällen um Bilder religiösen Inhalts handelt, in denen Heilige dargestellt werden, bringt die realistische Darstellung das Heilige ins Haus und ermöglicht dem Betrachter eine neue Unmittelbarkeit im Zugang. Auch mal technisch begann mit van Eyck eine neue Ära. Er verwendete neben den traditionellen Tempera- und wässrigen Leimfarbensystemen auch häufig Ölfarben. Giorgio Vasari sah deshalb in van Eyck fälschlicherweise den Erfinder der Ölmalerei. Richtig ist jedoch, dass Ölfarbsysteme schon früher bekannt waren. Jan van Eyck war vermutlich jedoch der erste Maler, der sie kativierte und gebleichte Öle verwendete. Werke, Genter Altar um 1425 bis 1435, Kathedrale St. Bavo, Gent, Madonna in der Kirche, 1426, Gemäldegalerie, Berlin, Mann mit der blauen Sendelbinde, ca. 1429, Bruckentalsche Gemäldesammlung, Sibiu, Kardinal Nicolo Albert-Kartee um 1432, Kunsthistorisches Museum, Wien, Bildnis eines jungen Mannes, 1432, National Gallery, London, Giovanni Arnolfini und seine Frau Giovanna Zenermi oder die Arnolfini-Hochzeit, 1434, National Gallery, London, Rohlin Madonna oder die Madonna des Kanzlers Nicolas Rohlin um 1437, Louvre, Paris, Marie, Verkündigung um 1435, Museo Thyssenbornemaisa, Madrid, Verkündigung um 1434 bis 1436, National Gallery of Art, Washington, Luca Madonna um 1435, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt, Bildnis des Bodo Ideel erneu um 1436 bis 1438, Gemäldegalerie, Berlin, Bildnis des Jan de Leuf, 1436, Kunsthistorisches Museum, Madonna des Kanonikus van der Pele, 1436, Musekommunal des Boatsbrügge, Dresdner Marienaltar um 1437, Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, Margarete van Eyck, 1439 Städelikmuseum vor Schone-Kunstenbrügge, Christus am Kreuz, Gemäldegalerie, Berlin, Bildnis des Giovanni Arnolfini, Gemäldegalerie, Berlin, Mann mit den Nelken, Gemäldegalerie, Berlin, Abbildungen, Wahlspruch, Jan van Eyck vermerkte auf manchen seiner Werke den Wahlspruch als IKKAN.